Der Schmelztiegel. Danach hat sie gesucht. Rega, hast du den Ort? Ja, er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten. Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD 587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Damit sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen. Du musst den Schmelztürgen. Auch hit sowie für den Schmelzeichen. Ich bin der Schmelztürgen. 東�lex excited unquote aquele Schmelzeichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020